So, Tag Nummer 6 ist angebrochen. Ich habe gerade wieder meine Morgenwäsche vollzogen. Ja, und ich sage mal bisher, keine großen Veränderungen. Gehen halt immer mehr so die Krusten weg, bilden sich, wie man sehen kann, so ein bisschen dieses Gelbe. Ich freue mich schon auf jeden Fall auf den Tag, wo ich die Dinger ein bisschen wegmachen darf. Und ja, sonst nimmt das Ganze so nach und nach Form an. Ich bin gespannt, wie es in der Woche aussieht.